Bei Spotlight kann man das klauen? Das weiß ich nicht. Nein, leider nicht. Äh... Genau. Guck mal, das ist ohne Doppeltür. Genau, die meinte ich eigentlich. Alles Doppeltür. Dann muss die Kamera machen. Wenn das geht. So ein... schickes Teil. Ich glaub drei Felder breit. Genau. Genau, bei der Maschine kannst du was kaufen. Die Maschinen kannst du glaube anmieten. Genau. Und hier steht deine Workbench und falls du noch brauchst, einen Mixer. Das ist eine skilltechnische Bedingung. Also Workbench musst du dir skillen. Das ist eine skilltechnische Bedingung. Das ist eine skilltechnische Bedingung. Also Workbench musst du dir skillen. Workbench habe ich ein bisschen dabei. Das ist eine skilltechnische Bedingung. Das macht das Rezept für die Workbench. Scheiße. So, und jetzt guck ich gerade. Mechanical Parts ist bei Stealsmissing dabei. Stealsmissing ist dabei. Stealsmissing... Dann brauche ich Toolsmissing Level 30 damit ich das weiterleveln kann. Wo ist Toolsmissing? Dann wird das wahrscheinlich das Rezept mit Erhöhung der Stealsmissing Stufe eingeloppt. Und da brauche ich noch Eiweiß-Gehlpunkte. Wahrscheinlich finden wir jetzt ja erstmal die Ecke. Oh, lass mich sagen. Du musst etwas kaufen. Wird das MA geschrieben? Mechanical? Oder MA? ja, N-E-C-A C-A A-N-I-C-A ach, das ist hier schon alles, was man kaufen kann das ist ein geiles Neumsschild Näh, tut mir leid. Ich bin bei dem nicht. Was brauch ich denn für das Ding? 30 Punkte, ich brauche nur 3 Punkte, das ist alles. Dann kann ich mir vorstellen. Okay. Das ist nicht so das Problem. Wenn ich jetzt wüsste, wie man... Wenn ich jetzt wüsste, wie man... Das könnte ich ja sagen, man kann das hier irgendwie... Äh, Tab. Und dann gehst du oben auf Charakter. Und dann siehst du oben rechts dein Level mit beiden. Das ist ja jetzt nur nicht so viel. Ja. Ja. Da ist so ein Zeug mit zum Abschießen. Ja, das heißt hinabschießen. Ja, das passiert. Von rechts kommt einer langsam angedackelt. Ja. Das ist schon mal. Geh! Ja, das ist schon mal. Ja. 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 Ich hab meine Abstand auf die Schreiber mit der Schreiber geschehen. Du hast noch einen Schreiber. Die Spannung ist mit dem Schreiber. Ich habe das nicht geregelt. Entschuldigung! da ist ein Hirsch am besten aus dem ducken schießen da hast du mal zwei Bonus getroffen die Pfeile ziehen nach unten also du musst höher zielen getroffen jetzt bloß hinterher er wird jetzt bestimmt gleich irgendwo verrecken hoffentlich ansonsten mussten wir hier nochmal noch ein stück höher jetzt bewegt er sich auch noch den trifft er spontan den trifft er spontan dann aber jetzt aus Versehen da links steht der Hirsch das war ein Treffer, ich habe es genau gehört der hat geblöck steht gerade im Baum kurz vor dem Baum ach da ist hier ist der Hirsch das gibt es doch nicht das Glückliche da ist er da ist er na endlich hier liegt doch Zeug zum Aufsammeln Sammel erstmal auf, bitte ich bin voll eine 2 1 2 2 Guck mal aufsammeln bitte. Hier liegt noch was drin, hier auch. Hier ist noch was drin. Toolsmithing noch 20 Stufen und Constructiontools noch 14 Stufen. Na gut, dann gehen wir... Wir wissen auf jeden Fall...